Hallo, heute zeige ich euch das Spiel Lamas Unleashed. Das ist ein Spiel für 2-8 Spieler. Ihr solltet 14 Jahre alt sein und eine Runde kann bis zu 45 Minuten dauern. Und derzeit ist hierfür auch noch die englische Sprache vorausgesetzt, da es das derzeit nur in englischer Ausführung gibt. Das ist ein Projekt, was zusammen mit Unstable Unicorns produziert wurde bei Kickstarter. Sprich, vom Spielablauf ist es her genauso. Nur hier habt ihr keine Einhörner, sondern ihr habt Steinböcke, ihr habt Ziegen, ihr habt Lamas und ihr habt Alpakas. Jetzt bekommt jeder am Anfang seine 5 Handkarten, des Weiteren eine Babykarte vor sich natürlich ausgelegt und muss dann mit Upgrade, Downgrade, Special Effect Karten aus seiner Hand sozusagen versuchen, als erstes eine bestimmte Anzahl an Lamas, Alpakas oder halt an Tieren, sagen wir mal, vor sich ausliegen zu haben. Hat er das als erstes geschafft, gewinnt der Spieler sogleich das Spiel und während des Spiels könnt ihr natürlich, wie schon erwähnt, Upgrade und Downgrade Karten entweder bei euch oder auch in allen anderen Spielfeldern ausspielen. Genauso wie vielleicht ausgespielte Downgrade Karten vor euch zerstören. Vom Ablauf her habt ihr 5 Handkarten. Als erstes müsst ihr schauen, ob ihr vielleicht noch irgendwelche Karten ausliegen habt, die am Anfang eures Zuges Spezialitäten ausführen können. Dann zieht ihr eine Karte, entweder zieht ihr da noch eine Karte oder ihr spielt eine Karte aus. Oder wenn natürlich eine Karte euch die Möglichkeit eröffnet, dass ihr 2 Karten ausspielen dürft, dann dürft ihr das natürlich auch gleich in dem Zug machen. Und zum Schluss guckt ihr nur noch, ob ihr 7 Handkarten auf der Hand habt. Solltet ihr mehr haben, müsst ihr so viele ablegen, dass ihr nur noch 7 auf der Hand habt. Solltet ihr mal eine größere Gruppe sein, sodass ihr vielleicht bis zu 8 Spieler seid, ist das ein Spiel, was man sehr gut mal spielen kann. Da es auch mal ganz witzig ist, wie man dann halt mit Upgrade und Downgrade Karten sich selbst entweder pushen kann oder vielleicht auch andere reinreiten kann. Das gar nicht, wir sind kümmert, wenn euch das nicht. Das ist echt das nicht. Das geht dann aber,ologue' momenteils ähnelt. endeavors hintergehen.